Hallo Leute, jetzt bekommen wir ein neues Video. Ich bin Drummer Scharfschütze und dabei ist... Komm her! So wie Adel! Und wir machen ein Video über... Fünf Fakten über Menschen! Ja, fünf Fakten über Menschen! Also, du hast gesagt Trends oder sowas. Ja? Ja, jetzt machen wir den Cut. Teure Sachen, ne? Ist schon an? Ah, okay. Erster Fakt, teure Sachen. Äh, ja. Zum Beispiel jetzt wie... Warte mal. Wir machen jetzt ein Chess-Op. Schreibt jetzt in den Kommentaren... Die Kamera sieht mir gegen... Ich will auch nicht deine Hakenfresse sehen. So, schreibt jetzt in den Kommentaren, was da drin ist. Jetzt! Drogen, drogen. Mach Pause und mach jetzt. Okay. So. Hast du jetzt das Auto gemacht bei der Kamera? Nein, nein. Nein. Ich wollte aber... Warte mal. So. Gut vorbereitet. So. Ein Eierhock. Teuer. So, das ist teuer. Oder... Okay, in meinem Haus kann ich jetzt nicht zeigen. Dann müssen wir rausgehen. Ich hab gar nichts von der Bauch drauf. Oder wie... Eine Kamera! Hallo! So eine schöne Wand. Ich gefällt die Wand sehr. Ja, und das war schon mal der erste Fakt. Jetzt kannst du wieder Cut machen. Okay. Jetzt. Der zweite Fakt ist Trend. Ja. Z.B. Bottle Flip. 3 Uhr Nachts. Fidget Spinner. Was gibt's noch? Eierhocks. 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 Das war mal. Eiersoft. Ja. Du musst nicht mich einfach und sondern die Kamera. Was kann man noch sagen? Was sind noch Trends? Pranks! Pranks! Eierhocks. 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 Du musst mich... Du sollst die Kamera angucken und nicht mich. Ja, ich weiß nicht. Das ist noch ein Anfänger-Account. Eierhocks. Da musst du das noch lernen. Das war ein Schüler. Eierhocks. 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 Och. Eierhocks. gibt es noch youtube aber es kann so alles geben gesagt das macht ja schon spaß okay der dritte fakt ist technik zum beispiel was jeder hat handy was fast auch jeder hat powerbank ein laptop den man kaputt machen kann kaputt das wenn man den reich steckt ist immer genetisch aber genau wie beim ein großes muss auch sagen wieder heißt der heißt nein du musst dir jetzt die marke sagen ja denkt ihr das funktioniert auch gut für gaming jetzt kommt das kann ich kann nichts mehr und das hier ist noch ein eierhock was wir schon hatten aber habe ich auch aber meins besser fast kaputt ich gehe jetzt ja nein warum nein ich brauche der video ist noch nicht vorbei du kannst wieder zurückkommen ich warte bis video vorbei ist so das war alles wirklich ja wirklich diese teure sachen was gibt es noch atomkraftwerk so gefährliche waffen spiele technik aber es könnte ich nicht das ist die technik man kann es gar nicht sehen ja gut okay was gibt es noch bekannt ich weiß was 40 40 40.000 euro pc ein youtube ja okay das was gibt es noch das ist die ciao warte drohnen ferngestellte autos ich habe aber er hat mein auflader hier irgendwo von der drohne wer du ja du kein kein du hier elektrische kürtel damit kann man das elektrischen kürtel ja guck okay ich bin nächster fach tschau hey ja level up egal level up was mache ich mit level up wir die menschheit ne wir haben schon sowas wir haben schon irgendwie atomkraftwerke ich bin zu langsam ich bin zu langsam ich bin zu langsam ich bin zu langsam wir haben irgendwie atomkraftwerke wir haben irgendwie schon solarpanel wir haben schon den mond also nicht wir sondern die sind einfach hingefallen die sind einfach hingefallen ja dann fiesst du wie ich stehe auf meine kamera ja wir haben schon den mond erreicht wir haben schon irgendwie keine ahnung irgendwie so ein computer und bist du so hehehe ich check jetzt spiel hehehe kein spiel auch noch hehehe und ja man kann noch tausende sachen sagen tshirt so leute das war's jetzt für den video wieso machst du jetzt die Kamera so schieb hehehe das war's jetzt für den video komm her komm 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 der macht ein bisschen spaß hier hehehe so so das hehehe ist so dumm so das war's jetzt für den video schreibt irgendwas in den kommentaren oder oder abonnieren oder oder liken hehehe nicht mein laptop ich mein laptop liken die kamera ist schon wieder hier sind geister ja die kamera da fällt einem was runter die kamera geht runter ok liken du musst liken sagen liken müsst ihr oder abonnieren hier riecht nach abos ne ja voll nach abos oder klicks im schrank sehe ich klicks und noch likes ja ja also ciao 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 jetzt video neiiiin ich bin nicht so ein lang äh so ein nein so lasse ein video da lasse ein lasse ein like da schaut andere videos von mir lasse ein abo oder schreibt mir irgendwas in den kommentaren neiiiin schreibt mir irgendwas in den kommentaren oder schreibt mir was in den kommentaren nein und ich sage dann tschüss bis zum nächsten mal und ciao